Dieses Haus, das große Haus, da ist ein seltsamer Mann. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Wieso glaubst du das? Dann geh doch einfach nicht in die Berge. Ich kann meine Vierlinge auch nicht auseinanderhalten. Übrigens kennst du Yoshi. Mein Baby fragt mich an, da war ein reiner Puppe von Yoshi. Aber ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ja, daran sieht man, dass das Spiel wohl rausgekommen ist. Als der Super Nintendo gerade seine Hochzeit hatte. Das ist ja auch nach Zelda 3 rausgekommen. Und wir versorgen uns jetzt ein Yoshi. Kein echt ein Yoshi. Da, die Yoshi-Puppe wollen wir haben. Der Spielhallenbesitzer braucht 10 Rubine. Ja, ich will zocken. Naja. Jetzt habe ich es nicht vorgelesen, aber ich sehe gar nicht. Ich bin ja schon so gewohnt, das zu machen. Ich habe nicht wieder so oft gespielt. Ich wollte es mit dem B-Knopf. So, jetzt das. Und jetzt einfach nur warten. Und der Yoshi ist geschnappt. Jetzt muss ich nur noch meinen Preis warten. Und wenn man es geschickt macht, kann man tatsächlich alle die Sachen, die dort sind, schnappen. Das ist dann zum Beispiel auch eine schöne... Oh, du hast ja eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich. Du liebst Yoshi. Da spart man dann zum Beispiel schön, wenn man sein Schild verloren hatte. Weil hier kostet es ja nur 10 Rubine. Und das im Laden kostete 20. Moment mal. Link liebt Yoshi. Ich dachte, das ist ja eben echt. Aber ich wollte die Yoshi-Puppe doch dem Baby schenken. Das willst du haben. So, wir gehen gleich zu ihm. So, da sind wir. Oh, schenkst du meinem Kind den Yoshi? Bitte? Klar. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Oh, eine schleife. Du hast deinen Yoshi gegen eine schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die schleife tauschen. Das werden wir tun. Denn wir wissen ja, wer auf schöne Kleider, Schmuck und Juwelen steht. Der kleine Kleffer. Der vor Stuppis, ähm, Flock ist. Der Stuppis Flock, ja. Jaja. Das haben wir schon gehört. Das merkt nicht die schleife. Ups, diese schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür. Auf eine Dose Hundefutter. Ist das ein guter Tausch? Aber egal. Ich brauche keine schleife. Ich bin ein Mann. Freude, hier ist deine Dose mit Hundefutter. Du hast dich live gegen eine Dose mit Hundefutter getauscht. So, wir kennen auch schon die Person, die die Dose möchte. Aber ich will da jetzt nicht hingehen. Ich gehe jetzt in den Zauberwald. Auf geht's. Zauberwald. Schauder. Wer schreibt denn Schauder auf einen Schild? Diese Insel ist merkwürdig. Der Uhu wieder. Der sprechende Uhu. Der ist genauso merkwürdig. Uhu. Willkommen am Zauberwald. Du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Kein Weg für zur Außenwelt. Du, wenn der Windfisch wach ist, könntest du die Insel verlassen. Du musst wissen, auf der Insel Kokolint, aha, so heißt sie also, herrschen andere Naturgesetze. Es werden dir viele seltene Dinge begegnen. Um den Windfisch aufzuwecken, wirst du einiges erleben. Warst du schon am Wurmpalast im Süden der Stadt? Im Wald kannst du den Schlüssel finden, der das Tor öffnet. Der Windfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte. Okay, das wird langsam von seltsam zu creepy hier. So, übrigens, was der Uhu sagt, das kann man sich auch nochmal ansehen, indem man einfach auf der Karte, hier, wo das Uhu-Symbol ist, wenn man dann auf A drückt, kriegt man alles nochmal gesagt. Das ist ganz hilfreich, wenn man mal vergessen hat, wo es hingeht. So, aber ich will jetzt in den Wald. Die Viecher, da ist ein Wubblings, sind eigentlich nicht besonders gefährlich. Die werfen mit Pfeilen übrigens. Oh, an die Truhe kommen wir leider noch nicht. So, wir müssen die Wirbelattacke fertig machen und einfach zweimal draufhauen. Ein Waschbeer, der ist ja niedlich. Der Fett. Ich wollte nicht, dass Gras weht, der sieht ja bescheuert aus. Meine Waschbeer-Nase ist äußerst sensibel, was Staud betrifft. So, wenn ich jetzt versuche, nach Norden zu gehen. Hehehe, du wirst nicht verlaufen. Ich sorge dafür. Hehehe, verlaufen. Dann würde der Waschbeer mich in die Irre führen. Deswegen gehen wir nicht da hin. Ist eigentlich... Ne, da gab's nix. So. Was steht hier? Vorsicht bei den rissigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr. Wenigstens hat jemand das Schild dahin bestellt. Ach, die Augen, so Fledermäuse. Ähm, Kristalle? Ich glaube, ich hab das früher immer für so Steinfische gehalten, aber es sind Kristalle. So, der Stein kann verschoben werden. 50 Rubine. Oh, dann könnte ich ja eigentlich auch mal in den Norden des Dorfes gehen mit so vielen Rubinen. So, die kleinen Leinen da. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. So, da auf das Herzteil kommen wir noch nicht. Da brauchen wir noch ein Gegenstand für. Ich könnte die Springer nennen, wie klein, die aus dem Boden kommen. Da, ein Pilz. Du hast deine Schlummermäuschel gepflückt. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Das Ding hatten wir doch von der Zelda A3 gehabt. Haben wir auch einzeln den Nachfolgeteil gefunden. Da die Truhe ist von Interessen. Aber wie sollen wir da hinkommen? Da ist ein riesiges Loch im Boden. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Also gehen wir erst mal wieder durch die Höhle. Hier nach oben schieben. Äh. Moment mal. Ich hab irgendwas falsch gemacht. So. Und. So, hätte das geschoben werden müssen. Ich deb. Verschwindet. Nervt. Das haben sie mich echt getroffen. Diese rissigen Stellen da. Da kann man einstürzen, wenn man draufsteht. So, und das da ist. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie der Macht? Wir sind hier nicht in Star Wars. Also, was mach ich denn? Ich hätte doch einfach wegschütten können. Loch. Mit dem Schwert kann ich auch Gegenstände einsammeln. Sehr praktisch. Und. Irgendwas wollte ich noch sagen. Das Teil der Macht. Ach ja, wenn man das Teil der Macht hat, dann sind die Angriffe stärker. Aber wie man sieht, wie das Luft die Höhle oder den Abstand, wo man sich gerade befindet. Aber Dungeons sind sehr praktisch. Das sind die etwas nervigeren. Weil die haben Schwert und Schild. Unter dem, das ist was aber, wenn du sie zu schwer haben, bloß nennen wirst du das nicht hochheben können. Tja, wir sind eben leider Schwächling. Das ist doch eine interessante Höhle, die wir nicht können. Aber. Und das ist das Gegenteil vom Teil der Macht. Ein Götter Einhorn. Gott, der Ahorn. Er reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Also ehrlich gesagt, habe ich lieber als das Teil der Macht, weil ich oft so ein Trottel bin, der in alle Gegner rennt. Oder hier gerade nicht. Im Gegensatz zu Zelda 3 sieht man, dass dieses Spiel um einiges besser verjagt. Ich habe das bestimmt auch für nur die 10 Mal durchgespielt. Ich kenne das fast auswendig. Deswegen gehe ich hier auch so zielstrebig durch. Das Hexenhäuschen. So, die Schlummermorschel. So, erstmal sprechen wir so mit ihr. Muss ich so mit ihr reden? Na? Endlich redet sie mit mir. Ah, es hat eine Schlummermorschel dabei. Ich kann sie nicht erkennen, dass ich ein Junge bin. Ich werde daraus etwas Feines machen. Hihihi. Boah, tut die Karte schnell. Topf umrühren. Spoiler ist fertig. Ich probiere es gleich mal in der Hütte aus. Erschwende es jedoch nicht unnötig. Das Zauberpulver gehört von dir. Probiere, was du damit besprühen kannst. Man kann eine ganze Menge mit diesem tollen Pulver machen. Zum Beispiel Fackeln anzünden. Eine kleine Ratte. Die ist von meinem Schild völlig unbeeindruckt. So. Gehen wir weiter. Holz hoch in den Wald. So. Wir machen jetzt gleich mal was Witziges. Nehmt mich, den da bespülen. Und sagen, was er zu sagen hat. Gib mir deinen Saft. Ich gebe dir meinen. Boah, du bist vielleicht ein Perversling. Nie ohne Kondom. Ich hab doch gesagt, er ist ein Perversling. Irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme. Ja, dass du ein Perversling bist. Äh, verdammt. Ich hab mich schon oft von ihm treffen lassen, wenn ich mit ihm geredet hab. Das ist übel. So. Jetzt sollte ich mich besser nicht treffen lassen. Ach, sehr schön herzen. So. Wir gehen zum Waschbär. Ich finde, du. Woblin. Die Tücher, die im Spiel keinen offiziellen Namen haben. Hm. Wie soll ich sie nennen? Gibt mir Tipps, wie ich sie nennen könnte. Wir füllen jetzt wirklich ein toller Name dafür ein. Und unser Kindername, den wir für die hatten, ist zu peinlich. Wer soll das wirklich Springer nennen? Oder Bille? Oder Hüpfer? Schleim hab ich so Zelda 3 genannt. Das Equivalent zu denen. Aber die sehen nicht aus wie Schleim. Die sind so rund. Ich glaub, Bille. Bille gefällt mir. So, das ist aber schwer.